Wir sind hier in Kernen im Ortstal Stetten bei einem Tiefgaragenbrand in einem Gebäude der Diakonie Stetten. Hier hat ein Fahrzeug in der Tiefgarage gebrannt. Es gibt eine verletzte Person mit Verbrennungen und Rauchgasintox, aber außer Lebensgefahr. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ausgeschlossen werden, dass andere Menschen zum Schaden gekommen sind. Es hat teilweise eine starke Rauchentwicklung gegeben. Die Tiefgarage war komplett verraucht mit Rauchgasen, die dann in zwei benachbarte Wohngebäude der Diakonie gedrückt haben. Wir haben aber auch dort die Menschen rechtzeitig evakuieren können, sodass weitere Menschen nicht zu Schaden gekommen sind. Stand jetzt ist das Feuer aus und wir kontrollieren jetzt nochmal die anderen betroffenen Fahrzeuge. Nachher kann es nicht ausgeschlossen werden. Vermutlich sind auch noch weitere Fahrzeuge und Motorräder, die in diese Tiefgarage abgestellt worden sind, zu Schaden gekommen. Der Pkw befand sich gerade in der Phase, dass er herausfahren wollte, hat es aber nicht ganz heraus geschafft. Der Fahrer konnte sich dann noch mit seinen Verletzungen in Sicherheit bringen und das Fahrzeug ist komplett ausgebrannt und deswegen auch die Tiefgarage komplett verraucht und wie gesagt teilweise auch die beiden Wohngebäude. Die Schwierigkeiten sind eine vielfältige Art. Bei so etwas ist es natürlich ein dunkler, schwarzer Rauch durch die Kunststoffe, die in dem Fahrzeug verbrennen. Es war keine Sicht. Dann eine starke, durch den begrenzten Rahmen der Tiefgarage, eine sehr starke Wärmeentwicklung, Hitzeentwicklung, in Hitzestau. Wir konnten dann mit Einsatzkräften unter Atemschutz die Lage so weit in den Griff bekommen, sodass jetzt das Feuer, wie gesagt, im Moment aus ist. Wir müssen natürlich noch prüfen durch einen Statiker, ob die Tiefgarage zu Schaden gekommen ist, ob sie weiterhin befahrbar ist und Ähnliches. Wir haben hier Kräfte aus den Feuerwehrabteilungen in Stetten und Rommelshausen im Einsatz, sowie die Feuerwehr in Fellbach. Es wurde auch zur Unterstützung ein mobiler Großventilator nachgefordert, der aber momentan noch nicht zum Einsatz kommt, weil wir die Lage mit herkömmlichen Belüftungsgeräten offenbar jetzt in den Griff bekommen. Es waren auch Kräfte des Rettungsdienstes aus dem Bremsburgkreis und der leitende Notarzt hier vor Ort. Ich habe zuerst eine SMS der Leitstelle bekommen, wie es üblich ist. Da war schon klar, dass es sich um einen Brand handelt. Deswegen habe ich mich bereit gehalten, weil in solchen Fällen mich der Kommandant bei schwereren Fällen informiert, dass ich zur Einsatzstelle komme. Das war dann der Fall. Es ist der erste Einsatz, zu dem ich als Bürgermeister ausrücke. Natürlich etwas nervös, aber ich habe hier eine tolle Truppe und da muss man sich als Bürgermeister auch nicht zu viel Sorgen machen. Der erste Gedanke ist natürlich, sind Menschen zu Schaden gekommen. So wie der aktuelle Stand ist, haben wir eine mittelschwerverletzte Person, der wir an der Stelle natürlich gute Besserung wünschen. Auf der anderen Seite sind wir natürlich froh und dankbar, dass insbesondere in Anbetracht der starken Rauchentwicklung eben keine weiteren Menschen zu Schaden gekommen sind. Weil gerade Diakonie, wie Sie es sagen, wir auch viele Bewohner haben, die immobil sind und in dem Sinne haben die Einsatzkräfte beste Arbeit geleistet, dass wir keine weiteren Verletzten zu verzeichnen haben. Also die Gemeinde greift vor allem dann ein, wenn Obdachlosigkeit droht, also wenn die Bewohner vorerst nicht mehr zurück in ihre Wohnungen können. Da gilt es jetzt heute im Laufe des Tages abzuwarten, wie die Lage sich in den Wohnungen gestaltet, ob das überhaupt notwendig wird. Und da werden wir über die Feuerwehr und mit unserem Ordnungsamt natürlich den Kontakt zu den Betroffenen und auch der Diakonie suchen.